Oh, hier kommen wir, hier sind wir so gut drauf, fahren wir nochmal hier oben, Tourenwagen, ja, machen wir, komm. Wenn du am Rennen teilnehmen möchtest, brauchst du zuerst einmal einen Wagen. Ja, und den kaufen wir uns. Da kennen wir aber nichts. So, Experte, das läuft. Wagenladen, da ist er. Ab geht's zum Rennen. So, eben gerade hatten wir wirklich Glück, da haben sich viele, viele gedreht. Ach, jetzt hab ich gar nicht geschaut, was für Top-Leute das hier schon gewonnen haben, die Meisterschaften, was für Rennstrecken es überhaupt gibt. Na gut, okay, lassen wir uns überraschen. Wo sind wir? Und wer ist unser Gegner? Da ist er. Dieser Kerl ist Favorit auf dieser Strecke. Nimm dich vor ihm in Acht. No, machen wir nicht. Zu viel Respekt ist auch nicht gut. Da wird aber noch eine andere angezeigt. Was ist hier los? Oh, wir starten von Platz Nummer 6. Das ist natürlich schon mal bedeutend besser. Und was ist das jetzt hier für eine Strecke? Aua.